Überall finden Taylor Swift Konzerte statt. Überall? Nein, im kleinen, galischen, falsch-islamistischen Österreich können Taylor Swift Konzerte im Gegensatz zum Rest der Welt nicht mehr stattfinden. Denn wenn der starke Arm des IS so will, steht in Österreich auch die Musik gleich still, weil Österreichs Regierung in der weltbestesten Stadt im Einzelfall Macheten und Messer Wien nicht mehr in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen. Weil uns das gesamte tolerante Geduld mittlerweile um die Ohren fliegt. IS-Teoristen wollten das Konzert sprengen. Es ist ihnen gelungen. Wahrlich. Denn unsere Freiheit wird geopfert, weil eine neue Sicherheit notwendig geworden ist. Eine Bankrotterklärung. Eine gigantische Bankrotterklärung. Eine weltweite Blamage. Sicherheitspolitisch wie integrationspolitisch liefern die ach so toleranten, die ach so bunten, die ach so woken Schluchten-Scheißer. Taylor Swift Konzerte finden nicht statt, weil Linke das theoristische IS-Gesindel über Jahre importierten und eine gescheiterte, hilflose Regierung die Sicherheit nicht mehr garantieren kann. Und jetzt stellt sich die Gretchenfrage. Wer sind die neuen Machthaber im Land? Der einst demokratische Rechtsstaat oder islamistisches Gesindel? Wer entscheidet über Recht und Ordnung? Die Exekutive oder Klans? Freunde, wir haben das Heft des Handelns und damit unser freies, sicheres Leben längst aus den Händen gegeben, am Altar der woken Toleranz geopfert. Wer mehr über die Unterwanderung Europas lesen will, hier im neuen Bestseller, der perfekte Untertan. Wie wir zur Minderheit in unseren eigenen Ländern werden, wie uns der Einzelfall immer mehr um die Ohren fliegt und wie wir unsere Freiheit zugunsten einer neuen Sicherheit aufgeben. Euer Gerald Groß